Egal. Ich snap einfach nochmal genauso gut wie die Runde gerade, dann passt das. Ja, das schaffst du schon. Oh geil, diese Badenatschen. Banger, ne? Ich sehe sie zwar nicht, aber ich muss noch Items kaufen. Ich habe mir jetzt ein Nimble gekauft, schneller bewegen. Ja, ein Nimble ist auch gut. Oh, vorweiten müssen die Fäden gehen. Nein, ich wurde von der Seite geflankt. Wäre ja keiner geguckt. Los, wir alle! Nein, schade. Oh, ich liebe diesen Skin. Ich glaube, ich muss noch mal ein paar Eins reinpangen. Ja, hallo! Was macht denn unser Mater? Der schießt nicht! Der steht neben dem Gegner, der mich komplett wegläsert. Macht gar nichts! Schau zu! Alles gesehen. Jetzt sehen wir gleich wieder kurz nichts, oder? Verdammt. 1100? Schön. Äh, wir sind von der Seite hier! Ah, wo seid ihr da? Okay. Boah, ich bin in der Luft gehadet. Fuck! Ah, wo seid ihr da? Okay. Hab einen! Ich muss raus! Ich muss raus! Ich muss raus! Ich muss raus! Hab einen! Oh, bald! Nicht Fäden gehen! Oh mein Gott! Was, ein Hit? keep swimming nice den habe ich schön geholtert hab ihn meine hits scheiße let's go oh mein gott eine tank getrieben meister so spielt man spiel nicht nein 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 wenn schon irgendwann erklärt von da um euch nicht wo von den vorliegten gut dass ein kreis hier noch irgendwie bis ins haus reingeht das war das war gutes team play die gegner sind da junge da geht er geht mich einfach der schiebt hier einfach der brief nein nein jetzt so weg gepusht gerade der dafür gleich durch kriegt die menschen des lebens vielleicht ganz geil wie du da vorne einfach alleine stehst während die am pushen sind solange es klappt mein wegen so gut ich habe wieder so gut getroffen gerade was ist das überhaupt hier das ist so eine so eine miene wenn da irgend jemand langläuft kriegt da als dem mit steckt und dann dann siehst du ihn halt auch dadurch ich boah aber ein 1600 treffer nur kopf gibt hier nichts anderes ich kämpfe aber auch so eklig weg die armen habe oben den gang soll hier reinkommen die schön ich bin pretty low der will geht der will auch nicht mehr der deck pusht mich richtig motiviert kriegt dass man tausend oder der headshot er hat sich umsonst einer der besten charaktere nein nein ich bin der beste ich melde an ich habe zwei leute aus der luft gesnipet ich fasse es nicht let's go Oh, ich hab veraimt, ah, getroffen. Egal, let's go. Der Sniper-Gott wurde geboren. Ich treff Schatz, der eine, der eine hat so keinen Bock mehr, der fliegt da rum richtig motiviert, 1800 fällt um in der Luft. Siehst du ja gleich nur noch runterfallen. Ach, haben wir gewonnen, ist vorbei schon? Ja, wir haben gewonnen. Oha. Ja, entschuldige. Mal den KD sehen. Boah, scheiße, hallo. Was ist denn das jetzt hier? War nicht schlecht. Go.